Hallo, ich bin der Ralf und ich bin hier auf dem Power-Geld-Seminar und ich kam hier hin und wollte unbedingt Tipps haben, Tricks haben, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich da mehr Geld machen. Gelernt habe ich, dass es wirklich wichtig ist, die Grundlagen von Geld erstens zu verstehen, wirklich auch die Basics immer wieder und wieder und wieder und wieder zu machen. Denn, ich kann euch allen nur empfehlen, geht zu dem Seminar, wenn ihr ein Thema mit Geld habt, wenn es nicht euer Leben bereichert, sondern euch einschränkt das Geld, dann geht zu dem Seminar, löst die Sachen auf, die notwendig sind und gewinnt an Qualität im Leben. Euer Ralf